Die Kfz-Meisterschule hier an der Heinrich-Lanz-Schule in Mannheim ist mit rund 100 Schülern die größte in Baden-Württemberg und bietet unseren Schülern optimalen Karriere statt und die Möglichkeit, sich beruflich weiterzubilden. Unsere Schüler landen nach der Bestand- und Meisterprüfung im Kfz-Handwerk, sie gehen in Industrie, in Handel, also das Spektrum ist sehr groß. Die Schüler können sich optimal weiterentwickeln. Weil da ist dann die Frage, in welchem Drehzahlbereich will ich die Max-Lanz-Schule nicht wie Porsche 111 heute mitnehmen? Wir bilden hier Kfz-Mechatroniker aus, und zwar einmal den Schwerpunkt PKW-Instandsetzung und auf der anderen Seite die LKW-Technologie. Leistungs- und drehmomentstarke Dieselmotore, 16-Gang-Getriebe und Retardasysteme sowie pneumatische Bremsanlagen sind Inhalte des Schwerpunktes Nutzfahrzeugtechnik. Unsere Turboausbildung mit dem Abi auf die überholen Spur ist bestens geeignet für Abiturienten, Fachhochschüler mit technischem Verständnis. Des Weiteren bilden wir an unserer Schule die Berufskraftfahrer aus. Die Rollenbremsenprüfung muss vom Besitzgeber gefordert werden. Das heißt, die Bremsenprüfung gibt dann die Bremskräfte uns raus und die Bremskräfte sehen sich hier. So Jungs, im Namen der Zukunftstechnik-W schauen wir uns heute ein Hybridfahrzeug an. Und heute soll das Thema sein, Spannungsfreischalten eines Hybridfahrzeuges. und ich glaube, das ist noch eine Art und influenziger Loflu Ich nehme auch einen Wellschieber und jetzt nehmen wir das Steuergerät alles runter. Vorsichtig. Legen wir so ab, dass kein Smut drauf kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017